Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Necromancer Diablo 4 Build Guide und heute zeige ich euch natürlich die komplette Ausrüstung, Paragon Baum, Fähigkeiten und alles was ihr für diesen Bild braucht und wir machen heute den ultimativen Knochengeist Bild, denn nach dem Patch hat sich dieser Bild auf jeden Fall gelohnt. Er ist nämlich von ultra ultra süß zu echt enorm stark und vor allem auch ziemlich tödlich und gruselig geworden. Dieser Bild der haut nämlich nicht nur einen Geist, sondern zwei Knochengeister raus und ihr macht so natürlich extrem viel Schaden. Ihr werdet in diesem Video sehen, wie ihr mit dem Bild spielt, wie ihr Gegner platt macht, die 15 Stufen über euch sind und vor allem wie ihr zwei Knochengeiste auf einmal abfeuert. Ja Freunde und natürlich ist der Knochensperr Bild auch ein cooler Bild, aber heute soll es um den Knochengeist Bild gehen und ihr seht hier schon im Hintergrund, dafür ist auf jeden Fall die richtige Ausrüstung nötig. Aber wir können hier schon auf Weltenstufe 4 zocken und eben Gegner platt machen, die über 15 Stufen über uns sind und ja eigentlich sind wir hier erst Stufe 60, knallen aber ordentlich trotzdem rein. Ja außerdem können wir hier mit diesem Bild quasi zwei Knochengeister nacheinander oder auch teilweise auf einmal abschießen, das kommt so ein bisschen aufs Timing drauf an und das seht ihr jetzt gerade hier. Wir schießen also einen Knochengeist ab und holen danach direkt noch einen raus, innerhalb von wenigen Millisekunden. Ja und dafür ist vor allem die Ausrüstung wichtig, die wir uns jetzt zuerst mal anschauen. Freunde, lasst gerne mal ein Däubchen hoch oder auch ein Abo da und kommt vor allem mal bei uns unten im Discord vorbei, den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort findet ihr hunderte von Diablo 4 Spielern, die gerne mit euch zocken. Und ja, für unseren Bild ist die Ausrüstung besonders wichtig, gerade hier diese Rüstung ist ziemlich gut, dadurch produzieren wir nämlich den zweiten Knochengeist. Das ist eine sehr seltene exotische Rüstung und wenn ihr diese gefunden habt, dann könnt ihr eben zwei Knochengeister hintereinander produzieren, wenn ihr neun Blutkugeln einsammelt. Besser wäre natürlich, wenn wir nur fünf Blutkugeln einsammeln müssen, ist aber in meinem Roll nicht der Fall gewesen. Also brauchen wir hier neun Blutkugeln, um quasi einen zusätzlichen Knochengeist zu spawnen und das Ding ist schon ultra gut. Als zweites haben wir hier diese Handschuhe, die wirklich sehr selten sind für den Necromancer und die verwandeln eure Leichenexplosion in einen völlig neuen Skill. Denn die Leichenexplosion explodiert nicht mehr einfach auf der Leiche, sondern aus der Leichenexplosion kommen Geister raus, die auf den Gegner zurennen und diese Handschuhe sind einfach unglaublich gut. Ich habe die schon jetzt seit bestimmt zehn Stufen an, leider war mein Roll relativ niedrig. Ich hoffe, ich finde irgendwann nochmal bessere und als nächstes haben wir hier nochmal diese Hose drin, die die Basisfertigkeiten einfach mal ein bisschen Schadensreduktion macht. Denn Basisfertigkeiten benutzen wir in diesem Bild immer dazu, um entsprechend eine Leiche zu erzeugen. Außerdem haben wir hier zwei auf Leichenrang plus zwei auf Knochengeist nochmal oben drauf, damit wir eben schön viel Schaden machen. Der Aspekt, der hier drin ist mit Skelettmagiern, macht nicht so viel Sinn, den muss ich auf jeden Fall nochmal tauschen, den brauchen wir nämlich gar nicht. Sonst haben wir hier noch eine Waffe, die die Fertigkeiten 10% mehr Schaden basiert und haben hier noch ein Schild. Ich spiele immer mit Einhand, Waffe und Schild und finde das eigentlich ziemlich cool, weil man so seine Gegenstände nochmal schön hoch buffen kann. Ansonsten haben wir hier natürlich noch einen Aspekt drin, da können wir auch noch einen Sockel reinrichten und machen damit Überwältigungsschaden. Außerdem haben wir hier den Aspekt drin, um die kritische Treffer gegen verletzte Gegner nochmal zu erhöhen. Das ist besonders wichtig, denn unsere Gegner sind eigentlich immer verwundbar bzw. verletzt. Und da können wir natürlich nochmal ordentlich was rausholen. Da wir in dem Bild keine Skelette oder Goleme benutzen, ist eure Opferboni um 25% zu erhöhen. Das ist natürlich super, wenn ihr genau diesen Roll bekommen habt. Ansonsten solltet ihr auf jeden Fall einen Aspekt nehmen, der die Opferboni erhöht. Ansonsten haben wir hier natürlich noch den Aspekt, der die Leichenranken erhöht und vor allem auch den Schaden der Leichenranken. Ganz wichtig, um eben nochmal unsere Leichenranken ein bisschen hoch zu pushen, damit die eben noch effektiver sind und wir ordentlich viel Schaden damit reinhauen. Ja, diese Amulett ist schon ziemlich cool, weil er natürlich nochmal zwei zu allen Rängen von Makaber gibt. Und Makaber benutzen wir ja sehr häufig in diesem Bild, deswegen ist das schon ziemlich stark. Den Paragonbaum gucken wir uns gleich noch etwas genauer an. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, welche Fertigkeiten haben wir dafür überhaupt eingesetzt, um diesen Bild so stark zu machen. Wie gesagt, kommt es auch bei diesem Bild ziemlich auf eure Ausrüstung drauf an. Wenn wir also diese Rüstung nicht gefunden haben, die mit der Blutkugel einen zweiten Knochengeist erfolgt oder herbeiruft sozusagen, dann müssen wir hier natürlich nicht entsprechend auf die Blutkugel gehen. Also wir fangen einmal an und gehen einmal hier hoch. Ihr seht das, ich habe hier diesen Blutsturz aktiviert und das ist wirklich nur wegen dieser Rüstung, die nach jeder neunten Blutkugel einen Knochengeist erzeugt. Wenn ihr diese Rüstung nicht habt, lasst ihr diese Blutkugel einfach außen vor, denn dann brauchen wir die nicht und können den Skillpunkt auf was anderes verteilen. Ansonsten gehen wir hier auf blutige Ernte, um eben immer eine Leiche zu erzeugen, denn Leichen brauchen wir hier vor allem in diesem Bild, um ordentlich Schaden auszuteilen. Jeder Schlag gibt also alle vier Sekunden eine Leiche und da macht ihr quasi erst den Basisangriff, um eine Leiche zu erzeugen und könnt dann eure Leichenranke benutzen, Gegner heranzuziehen und dann den Knochengeist reinzuschießen. Wir gehen hier auf diese blutige Ernte und da erzeugen wir halt alle vier Sekunden eine Leiche und das ist ganz wichtig eben, um diesem Bild überhaupt zu spielen, denn wie gesagt, mit jedem normalen Basisschlag erzeugen wir alle vier Sekunden eine Leiche und das ist natürlich perfekt. Ja, Knochensperren machen wir hier gar nicht, ist zwar ein cooler Skill und wird auch von vielen gespielt. Ich persönlich finde es mittlerweile ein bisschen langweilig, deswegen bauen wir hier natürlich heute mal was anderes. Wir gehen heute noch auf unlebende Energie, um die Essenz noch etwas zu erhöhen und packen hier oben gerne auch noch einen Punkt drauf. Ja, der muss aber nicht sein, also der Punkt da oben ist nur da drauf, weil wir halt Gegenstände haben, denen wir quasi diesen Punkt verleihen. Besser ist, wenn wir unsere Punkte auf geschundenes Fleisch machen und da packen wir auf jeden Fall drei Ränge drauf, um die Chance nochmal zu erhöhen, am Ziel eine Leiche zu erzeugen. Das machen wir natürlich sehr gerne, denn wir brauchen viele Leichen für diesen Bild, um eben ordentlich Schaden reinzuknallen. Und genau das machen wir hier, geschundenes Fleisch, hauen wir also drei Punkte drauf und sonst eigentlich hier nur die Essenz erhöhen. Mehr braucht ihr hier nicht verteilen, ihr braucht sonst keine Kernfertigkeiten oder sonst irgendwas und dann gehen wir weiter. Wie wir sehen, sind wir hier bei den Leichenfertigkeiten. Blutnebel braucht ihr wirklich keinen Punkt drauf machen, denn flüchten braucht ihr nicht. Ansonsten machen wir noch was auf Leichenexplosion, da reichen aber ein, zwei Punkte, je nachdem wie ihr das möchtet. Mit einer ist auch schon vollkommen ausreichend. Falls ihr noch einen durch den Blutskill an den Basisfertigkeiten übrig habt, packt hier gerne nochmal ein, zwei Punkte drauf. Dann gehen wir hier weiter auf die Leichenexplosion und dann gehen wir hier weiter runter. Durch diesen Handschuh, den wir da haben, der die Leichenexplosion nochmal komplett ändert und solche Geister beschwört, die dann auf den Gegner zulaufen, ist es eigentlich so, dass wir die Leichenexplosion nicht mehr großartig hochskillen müssen. Wir gehen dann hier auf verseuchte Leichenexplosion, aber durch diesen Skill in dem Handschuh ändert sich diese Leichenexplosion eh komplett. Das heißt, wir haben hier eigentlich wirklich einen komplett anderen Skill draus gebaut, was ziemlich nice ist. Ja, und dann sehen wir hier Knochengefängnis, da haben wir eigentlich nichts drauf. Das kommt nur dadurch, dass wir eben Gegenstände haben. Der Verbrauch einer Leiche erzeugt sechs Essenz. Als Bluternte natürlich super wichtig, packen wir natürlich drei Punkte drauf, um eben, wenn wir Leichen verbrauchen, Essenz zurückzubekommen. Ihr werdet aber wirklich keine Probleme mit eurer Essenz haben, wenn ihr diesen Bild spielt. Ihr seid immer bereit, immer Abschlussbereit für euren Knochengeist und könnt so natürlich ordentlich Schaden reinhauen. Außerdem haben wir hier Kraftbringender Tod, verursacht nach jedem Verbrauch eine Leiche sechs Sekunden lang neun Prozent mehr Schaden. Und das ist natürlich super, denn wir verbrauchen die ganze Zeit Leichen und werden so unseren Schaden extrem nach oben pushen natürlich. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn wir hier den Kraftbringenden Tod mitmachen. Und dort sollten wir eben drei Punkte reinknallen. Ja, dann schauen wir doch mal weiter, was wir in dem nächsten Kategoriebaum haben. Hier packen wir einfach drei Punkte drauf auf Umarmung des Todes. Nahe Gegner erleiden dadurch mehr Schaden und fügen euch neun Prozent weniger Schaden zu. Da wir relativ nah sind, beziehungsweise die Gegner immer nah an uns ranholen, ist das schon sehr sinnvoll. Und jetzt kommen wir zu den makaberen Fähigkeiten. Die wirklich wichtigsten Fähigkeiten sind hier die Leichenranke. Die packen wir auf fünf Punkte hoch. Ich habe hier jetzt noch zwei plus Gegenstände bekommen. Das ist natürlich super, denn die Leichenranke brauchen wir, um Gegner verwundbar zu machen, um eben dort ordentlich kritischen Schaden auch nochmal reinzuhauen. Wir gehen dann hier unten auf verseuchte Leichenranke und der Schaden wird drei Sekunden lang verwundbar. Das ist ganz wichtig, denn durch den verwundbaren Gegner hauen wir ordentlich Schaden raus und können so unseren Knochengeist nochmal ein bisschen hochbauen. Und nekrotischer Panzer ist auch ganz wichtig, können wir natürlich reinmachen, müssen wir aber nicht zu früh. Können wir erst im Endgame machen, wenn wir wirklich viel Schaden bekommen. Ansonsten natürlich unsere Hauptnuklearwaffe in diesem Bild ist der Knochengeist. Den habe ich jetzt natürlich auf fünf Punkte raufgehauen und durch die Gegenstände bekommen wir Nummer sieben on top. Das heißt, das Ding knallt jetzt richtig ordentlich rein mit zwölf Punkten insgesamt und ist natürlich dann entsprechend super stark. Vor allem gibt er aber auch wieder Essenz zurück und wenn ihr im Gegner trefft, wird er halt im Verlauf nochmal die Abklingzeit reduziert. Und so machen wir das, wenn wir den verbesserten Knochengeist hingehen und dann einmal runter und können dann entsprechend noch hier den furchterregenden Knochengeist machen. Dieser reduziert nämlich die Abklingzeit und das ist ziemlich nice. Wir können also dem Knochengeist alle paar Sekunden reinknallen und unsere Atombombe somit abschießen. Ja, ansonsten gehen wir natürlich hier noch diese Knochenfertigkeiten durch und packen die alle am besten auf drei. Offener Bruch, klar, wenn wir Knochenfertigkeiten benutzen, kriegen wir zehn kritische Treffer erzielt haben. Halt der Schaden 15% hoch. Außerdem fügen wir verwundbaren Gegnern 18% mehr Schaden zu. Das auf jeden Fall auf drei machen, denn mit der Leichenranke verwunden wir ja immer den Gegner. Hier könnt ihr zwei oder drei Punkte drauf machen, je nachdem wie ihr das mit dem Blut am Anfang gehandhabt habt. Denn wir verbrauchen immer 100 Essenz locker mit dem Knochengeist. Der knallt nämlich dann am meisten rein und dadurch reduziert sich die Abklingzeit, wenn wir Essenz verbrauchen. Da wir keine Diener oder auch kein Golem benutzen, machen wir natürlich noch drei Punkte auf alleinstehend. Das ist auch dieser Aspekt, den ich euch eben schon in dem Ring gezeigt habe, um den Opferbonus etwas hoch zu treiben. Der Opferbonus, den treiben wir hiermit auch noch hoch, damit wir drei Punkte da rein machen, ist der Opferbonus um 60% erhöht. Plus wir haben noch die 25% Opferbonus aus der Ausrüstung. Heißt also insgesamt haben wir PAN 80% Opferbonus, was dann natürlich schon ordentlich reinknallt. Und gehen hier natürlich als letztes auf die knöcherne Essenz, um eben mehr Schaden zu verursachen. Über 50 Essenzpunkte wirken, das heißt mit Knochengeist machen wir meistens über 100. Der Schaden treibt so einfach ziemlich nochmal in die Höhe und gerade auch der kritische Schaden ist ziemlich gut. Ja Freunde, das sind soweit die Fertigkeiten und dann teleportieren wir uns doch schnell rüber und schauen uns an, was wir hier für Knobbruch der Toten machen. Und zwar opfern wir hier alle Skelettkrieger, zum Beispiel hier kritische Trefferchance um 6% erhöht. Das ist schon ziemlich gut, weil wir hauen natürlich ordentlich kritischen Schaden rein und vor allem die Magier sollten wir hier bei Kälte opfern. Da wir ja immer verwundbare Gegner mit der Leichenranke erzeugen, steigt hier der Schaden also nochmal um 19%. Ist also ein ordentlicher Knaller, der da auf die Gegner zukommt. Und wir können dann hier bei den Golem das Ganze noch erhöhen, indem wir hier unten den Golem opfern, den Eisengolem. Der verursacht nämlich nochmal 35% mehr kritischen Schaden. Und Freunde, da knallt das ganze Ding ordentlich rein in die Gegner. Wie gesagt, Gegner, die 15 Stufen über euch sind, da habt ihr gar kein Problem, die umzulegen. Das einzige, was ihr abachten müsst, ist natürlich, dass ihr überlebt. Schauen wir jetzt nochmal den Paragonbaum an. Und da haben wir hier diesen Glyphensockel drin, der quasi nochmal mehr Schaden verursacht. Den fand ich eigentlich persönlich ganz gut. Gibt es mit Sicherheit auch noch bessere. Da müsst ihr einfach mal schauen, was ihr da drin habt. Aber im ersten Board kann man damit eigentlich nicht viel falsch machen. Also wir und unsere Diener verursachen quasi 10% mehr nicht physischen Schaden. Und den machen wir ja immer, weil wir eigentlich wenig im Nahkampf sind, sondern eher reinknallen. Ansonsten gehen wir hier die rechte Seite lang und packen hier dann entsprechend diesen Glyphen rein, um eben die nicht physischen Schaden nochmal hochzutreiben. Das gilt vor allem für den Knochengeist. Ansonsten nehmen wir hier links noch den seltenen Knoten mit, um 20% Schaden zu erhöhen. Den Bonus sollten wir dann nach einer gewissen Zeit automatisch haben. Außerdem nehmen wir den rechten seltenen Knoten noch mit, um 200 Rüstung zu bekommen und 10 Intelligenz zu halten. Dann gehen wir einmal hoch und bauen hier unser nächstes Board dran. Und zwar nehmen wir hier das Board mit der legendären Eigenschaft Fleischfresser. Der Verbrauch von 5 Leichen verleiht 6 Sekunden lang 10% mehr Schaden. Und da wir die ganze Zeit Leichen verbrauchen, ist es natürlich wichtig, mit unserem zweiten Board schnellstmöglich zu diesem legendären Knoten zu kommen. Wir gehen dann entsprechend einmal hier lang und können hier noch die Dämpfung mitnehmen. 25% Schaden gegen verletzte Gegner und 15% kritischen Schaden. Und versuchen dann ebenso schnell wie möglich hier an den legendären Knoten zu kommen. Danach versuchen wir hier hoch zu kommen, um entsprechend hier noch einen Glühfung einzusetzen. Wir können aber auch versuchen hier rüber hoch rechts zu kommen, um dort eben die legendären Mäten mitzunehmen. Und vor allem die Glückstreffer Chance nochmal deutlich zu erhöhen. Dann gehen wir hier rechts zu dem Rand hinaus und dort würden wir dann eine zweite Tafel anhängen. Und da schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Wir haben hier jetzt keine Golems oder Skelettkrieger und deswegen bietet es sich an, den Geruch des Todes mitzunehmen. Ja, wir schauen hier einmal durch. Knochentransplantation, das haben wir eigentlich eben jetzt schon dieses Board hinzugefügt. Das könnt ihr natürlich theoretisch auch nochmal hinzufügen. Die Werte gehen dann dadurch aber mal ein bisschen runter. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen. Wir sollten hier auf jeden Fall mit der legendären Eigenschaft der Leichen nehmen. Und das ist eben Geruch des Todes. Geruch des Todes, wenn sich mindestens zwei Leichen in der Nähe befinden, erhalte die 15% Schadensreduktion. Das würden wir jetzt einmal hier dranhängen, wenn wir dann so weit sind, um dann hier zum Geruch des Todes zu gelangen. Das können wir auch genau so aufbauen und würden dann natürlich hier unten lang gehen, noch den seltenen Knoten mitnehmen, um dann so schnell wie möglich hier zu legendären Eigenschaft zu kommen. Ja, Freunde, und so sieht eigentlich der Paragon Baum aus. Der Paragon Skill Baum und damit haben wir das erledigt. Wir haben alles eingerichtet, so wie wir es möchten und können jetzt natürlich raus in die Welt gehen und ordentlich Gegner schnetzeln. Wie gesagt, Gegner, die 15 Stufen über euch sind, dürften kein Problem sein, sofern ihr da nicht zu hart von denen getroffen werdet. Ist aber meistens nicht der Fall, weil ihr ja eh im Fernkampf eher aktiv seid. Ja, und das Ganze sieht dann ungefähr so aus, dass ihr erst einmal reinschlagt, um die Leiche zu erzeugen, dann Leichenranke hinterher und dann quasi euren Knochengeist und die Kadaver-Explosion. Ist eigentlich alles ziemlich easy, Schlag, Leichenranke, Knochengeist und Kadaver-Explosion hinterher. Und wenn ihr eben diese Fähigkeit habt, wo ihr diese Blutkugeln für einen zusätzlichen Knochengeist erzeugen könnt, dann packt ihr das einmal dazwischen. Und so könnt ihr sehen, wie gesagt, Stufe Gegner, also Gegnerstufe 15 höher als die ihr seid, ist wirklich gar kein Problem und kann dann easy vollzogen werden. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ihr solche Gegner bekämpft, denn ihr bekommt natürlich noch ordentlich Schaden, wenn die Gegner 15 Stufen über euch sind. Aber ansonsten sollte das wirklich kein Thema sein, diese Gegner platt zu machen. Und das Gleiche geht natürlich auch in höheren Level, denn diese Skillung skaliert natürlich mit Prozenten und so können wir in höheren Level natürlich immer noch nach der gleichen Methode vorgehen und eben auch große Albtraum-Dungeons platt machen. Ja, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Bild. Würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da lässt. Wie gesagt, kommt gerne mal bei uns im Discord vorbei. Da diskutieren wir auch immer über neuesten Builds. Den Link zu dem Discord, zu dem Discord-Einladungslink findet ihr unten in der Beschreibung. Klickt da euch also gerne mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Macht's gut, adios und ciao, ciao.